2016 wurden in Duisburg über 550 Frauen Opfer von Körperverletzungen. So auch heute im Stadtteil Wedau. Dort wollte eine junge Frau ihrer Freundin zur Hilfe eilen, die von einem Mann bedroht wurde. Dabei wurde sie so verletzt, dass sie ärztlich versorgt werden muss. Polizeihauptkommissar Paul Schwarz und Polizeikommissar Fabian Köster leiten die Ermittlungen. Hallo. Servus. Sie ist die Dame, die ausgemeldet worden ist. Hallo. Können Sie mir erzählen, was hier passiert ist? Ja, ich wollte mich mit meiner Freundin hier treffen, mit der Claudia. Wir wollten shoppen gehen. Und als ich hier angekommen bin, habe ich sie von Weitem gesehen. Aber da war so ein älterer Mann, Mitte 40, dunkle Kleidung. Ich glaube, der hatte einen hellbraunen Klagen um. Und der hat die die ganze Zeit angepöbelt und geschubst. Und dann bin ich hin, wollte helfen. Und dann ist er komplett aggressiv geworden. Und er hat mich geschubst. Und ja, dann kann ich mich an nichts mehr erinnern. Also grundsätzlich mangelt es bei uns in Deutschland ein wenig an Zivilcourage. Wenn ich jemanden sehe, der sich mit jemandem prügelt und ich mir der Sache mehr oder weniger sicher bin, gehe ich dazwischen. Ansonsten versuche ich, jeder hat sein Smartphone heutzutage dabei, die Rettung bzw. den Polizeiruf 110 zu wählen, um von dort aus dann Hilfe zu bekommen, sich die Person bzw. die Person zu merken, eine Personenbeschreibung gegebenenfalls nachher der Polizei abgeben zu können, damit die sich dann im Nachbarreich dann um diese Person kümmern können. Okay, wo ist denn Ihre Freundin jetzt? Die hat das ganz her wahrscheinlich gesehen, nehme ich an. Ich weiß nicht, wo die ist. Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ich kann mich nicht mehr erinnern, weil ich auf dem Kopf schlag bin. Können Sie, die haben Sie ein Handy dabei? Können Sie sich vielleicht mal anrufen? Das wäre schon nicht ganz unwichtig, meine Aussage von der zu kriegen. Da das Handy des Opfers bei dem Überfall geklaut wurde, kann sie ihre Freundin nicht anrufen. Noch ist also unklar, ob auch sie von dem Täter verletzt wurde. Bei der Suche nach der Frau vernehmen die Polizisten besorgniserregende Schreie. Was ist das denn hier für eine Nummer? Ach, das ist nur ein bisschen Familienstreit. Ist hier Familienstreit ein bisschen laut, oder? Was ist hier los? Das ist halt manchmal so, wenn man sich streitet. Alles gut. Ist eine private Sache. Entschuldigung, sind Sie fälligeweise die Frau Schwickert? Ja. Haben Sie da vorhin mitbekommen, was da vorne vorgefallen ist? Da haben wir gerade eine Dame gefunden, die auf der Erde liegt, mit einem Platz runter am Kopf, vom Botarzt beworben. Ja, das war mein Bruder. Er war das? Ja, ich war das. Sie waren das? Ja. Was haben Sie da gemacht? Was sei das denn? Ach, das war eine kleine Streitigkeit. Dann ist ihre Freundin mir auch noch auf den Sender gegangen und dann bin ich halt was lauter geworden und hab sie halt geschubst. Wie kommt man denn auf eine Idee, eine Frau zu schubsen? Was muss denn da falsch laufen? Ja, mir ging heute schon den ganzen Tag, der ganze Tag ging mir heute schon auf den Sack. Dann waren Sie mit der einen fertig und dann waren Sie mit ihr weiter, oder wie? Nein, ich wollte Sie jetzt einfach nur ins Auto packen und wieder nach Hause fahren. Mehr wollte ich gar nicht. Warum wollen Sie nicht mit? Ja, weil ich mich um meine Freundin kümmern muss. Ich meine... Ja, gut. Von Ihnen hätte ich auf jeden Fall gern schon mal einen Ausweis. Ja, natürlich. Die Polizisten erkennen große Widersprüche zwischen dem Geständnis des mutmaßlichen Täters und der Aussage des Opfers. Da sie die Geschädigte für sehr glaubwürdig halten, zweifeln sie die Tatbeschreibung des Mannes an. Tatsächlich erhärtet sich der Verdacht schon bald bei einer Personengegenüberstellung. Frau Händel, man hat oben an dem Fahrzeug, haben wir die beiden Herrschaften hier gerade eben gestellt. Die behaupten, der Junge, den wir jetzt gleich Ihnen zeigen, hätte sie geschubst. Und sie bestätigt das auch. Ich zeige Ihnen mal. Fabian, bringst du mal rum? Ja. So, gleiche Regel wie gerade, ruhig verhalten. Wisstest du? Pascal, nein. Den kenne ich. Das ist doch... Dein Bruder, der war das nicht. Doch, du bist nicht getäuscht. Nein, der Mann war viel älter. Der war Mitte 40. Nein, das war Pascal. Warum sagst du das? Vielleicht geht du ein bisschen durcheinander. Nein, das war der doch nicht. Ich... Nein. Du wirst dich täuschen, Denise. Sind Sie sicher? Das war auf jeden Fall Pascal. Ich bin mir auf jeden Fall sicher. Ich kenne Pascal. Pascal war das nicht. Der Mann war viel älter. Warum erzählst du das? Für uns ist die Sache etwas mysteriös, weil hier Aussage gegen Aussage steht. Der eine beschuldigt sich selbst, diese Straftat begangen zu haben. Das Opfer sagt, nein, der war es definitiv nicht. Der Täter von uns, bis jetzt noch vermeintliche Täter, hat sogar Unterstützung von seiner Schwester bekommen, die gesagt hat, ja, er war es. Ich war ja dabei. Was da jetzt wirklich der Hintergrund ist, wissen wir da definitiv nicht. Zu hundertprozentig. Das war nicht Pascal. Das wüsste ich doch. Wir kommen hier so nicht weiter. Ja. Wir nehmen ihn jetzt mit rein? Ja. Für uns ist er erst mal der Täter wissen, ja. Er ist tatverdächtig im Moment. Er hat sich ja selber ja auch geoutet. Also er hat ja zugegeben. Ihre Aussage bräuchten wir auf jeden Fall auch noch mal. Haben Sie irgendwie die Möglichkeit, eigenständig unsere Wache aufzusuchen? Die Beamten müssen klären, warum der Mann sie bewusst belügt und die Körperverletzung auf sich nimmt. Die weiteren Ermittlungen wegen dieser schweren Straftat leiten ab sofort Kriminalhauptkommissar Hans Fröndenberger und Kriminaloberkommissarin Lara Grünberg. Wie, normal sagt man doch, ich war es nicht. So kennen wir das doch. Das ist doch unfassbar. Und die Frau, die dabei war, das ist dann ja... Nein, ich hab gerade nicht wahrgenommen. Meine Herren, was ist denn hier los? Jetzt ist doch mal ein Problem, ich will mal haben. Sie sind immer noch auf der Polizeiwache. Das weiß ich, hier gehöre ich ja auch hin. Setzen Sie sich. Wollen Sie jetzt weiterradalieren hier? Ich war... Warum hören Sie mich nicht zu? Weißt du was? Lass uns doch mal... Meine Fresse jetzt. Wir haben mich spannt. Wir unterstützen euch mal dabei. Bringt ihn doch erst mal runter, dann haben wir Ruhe. Der soll erst mal frisch lernen. Mein Gott, das tut ja auch der Job weiter. Also er hat das selbst... Meine Fresse. Guck mal, du bist das 100.000 Leiser. Ja, 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 ja. Komm, Sie gerade mal mit. Ich hab das gecheckt. Die Kriminalisten vermuten, dass der aggressive Mann den wahren Täter kennt und mit seiner Falschaussage deckt. Die neuerlichen Angaben des Opfers bestätigen den Verdacht. Mir ist noch was eingefallen. Ja. Also der Pascal, der war doch dabei. Ach, dann haben wir das ja. Nein, nein. Der war das nicht. Der kam erst hinterher. Also der Mann, der mich angegriffen hat, der war älter. Der war Mitte 40. Und Pascal, der kam später dazu. Da lag ich schon am Boden, als der kam. Da sind Sie sich jetzt auch sicher. Da bin ich mir absolut sicher. Wirklich hundertprozentig. Also er ist nicht der Täter, aber er war dabei. Nein, er ist nicht der Täter, aber er ist dabei gewesen. Und mir ist auch noch eingefallen, als er dann dazugekommen ist, da hat Pascal irgendwas von Familie gesagt. Und er hat den Täter mit Detlef angesprochen. Das ist mir auch noch eingefallen vorhin. Nichts gegen Sie, aber dass das für uns erstmal ein bisschen eigenartig klingt, so in dem ganzen Geschehensablauf, das verstehen Sie ja sicher. Aber ich war vorhin auch noch wirklich sehr durcheinander. Alles gut, alles gut. Und ja, das wollte ich Ihnen auf jeden Fall noch sagen. Ja, gehen wir direkt. Doch, die Kollegen von der Kripo sind auch in den Fall involviert, dann würde ich sagen, können wir da mit Ihnen direkt. Die Polizisten müssen ermitteln, in welchem Beziehungsverhältnis der wahre Täter mit dem jungen Mann steht. Bei der Befragung des Opfers bekommen die Kripo-Kommissare einen Hinweis, der verdeutlicht, die beiden stehen sich offenbar recht nahe. Aber Sie würden sagen, dass der Pascal diese Person, die sie angegriffen hat, gekannt hat? Also ich glaube schon, weil er hat den ja Detlef genannt. Von daher denke ich schon, dass er den gekannt hat. Also Detlef und irgendwas von Familie. Ich kriege das aber nicht mal den Satz, weiß ich nicht mehr. Aber ich weiß, dass er irgendwas mit Familie gesagt hat. Warten Sie gerade mal. Setzen Sie sich gerade nochmal. Was sehr merkwürdig war, der Bruder soll wohl noch den Namen Detlef gesagt haben und Familie. Ja, und da hingehend werden unsere Ermittlungen laufen, diesen Detlef zu ermitteln. Frau Schwiegert. Erzählen Sie mal. Kennen Sie einen Detlef? Das habe ich Ihnen doch gerade schon gesagt. Ich kenne keinen Detlef. Aber das glauben wir Ihnen nicht wirklich, weil irgendwas mit Familie. Haben Sie jemanden in der Familie, der Detlef hat? Da muss sie sich verheer. Hört haben, ich kenne keinen Detlef. Ihre Freundin hat gerade von zwei Männern gesprochen. Und zwar war im ersten Moment ein anderer Mann da, der jetzt hier nirgendwo mehr auftaucht. Der ist von Ihrem Bruder als Detlef bezeichnet worden. Und der Name oder der Begriff Familie fiel da ebenfalls. Dazu kann ich Ihnen wirklich nichts sagen. Ich kenne keinen Detlef. Gut, das hatten wir ja eben schon. Sie wollen da irgendwas zu sagen? Ich gucke mal. Wir gehen mal gucken. Ich gucke mal drüben gerade nach. Paul, wir kommen gleich wieder. Die Beamten vermuten, dass der wahre Täter mit der Zeugin und ihrem Bruder verwandt ist. Als sich der Verdacht bestätigt, ist erwiesen, die Geschwister haben offenbar bewusst gelogen. Detlef Schwickert. Ja, da haben wir eine Person, die sogar hier schon polizeiliche Erscheinungen getreten ist. Altersmäßig Bastis, 72, geboren. Was hat er für Fälle? Brandstiftung, Körperverletzung, mehrmals Diebstahl. Und, oh, der ist auf Bewährung raus, seit zwei Monaten. Hier mal ganz ehrlich, wenn er dann so ein Ding gerissen hat, da geht er auch mal ganz schnell wieder rein. Warte mal, Schwickert, also das könnte ja wirklich eine Verwandte, vielleicht sogar die Tochter sein. Ja, also sie verheimlicht uns was. Ich würde aber jetzt vorschlagen, wir machen das jetzt mal ganz schnell, dass wir erstmal die Geschädigte fragen, ob Sie diese Person wiedererkennen. Auf jeden Fall. Und der Pascal heißt auch Schwickert, also will... Kommen Sie gerade nochmal, bitte. Wir haben hier eine Person, bevor Sie das Bild jetzt angucken, Sie haben die aber auch noch ganz gut in Erinnerung. Sie wissen, wie es aussieht. Schauen Sie sich das Foto an und seien Sie bitte ganz ehrlich. Okay, war es der Täter? Vielleicht eine schwierige Frage, aber können Sie ungefähr sagen, wie alt er gewesen sein kann? Mitte 40. Mitte 40, ja dann schauen Sie mal. Schauen Sie mal. Schauen Sie sich das Bild mal an hier. Ja. Ja? 100 Prozent. Der ist 45. Ja, und der muss auch noch mein Handy haben, weil mein Handy ist seitdem halt auch verschwunden. Okay. Okay. Gut, dann nehmen Sie gerade nochmal bitte draußen Platz. Ja. Okay. Ja, Lara, dann soll am besten der Fabian mal einen Streifenwagen zu seiner Anschrift checken von diesem Detlef Schwickert. Vielleicht ist er sogar zu Hause. Ja. Ist ja nun mal dringend tatverdächtig. Die Polizisten glauben, dass es sich bei dem Täter um den Vater der Geschwister handelt. Als sie die Zeugin mit ihrem Verdacht konfrontieren, streitet sie dies ab. Doch die Ermittler lassen nicht locker. Wer ist Detlef Schwickert? Okay, 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 es ist mein Vater. Aber was glauben Sie denn, dass ich stolz bin auf einen Vater, der ein Ex-Knasti ist? Das ist jetzt eine ganz emotionale Geschichte. Da habe ich sogar ein gewisses Verständnis für. Nur es geht hier darum, dass wir dafür da sind, eine Straftat von nicht unerheblichem Maße aufzuklären. Dass die Tochter natürlich nicht stolz darauf ist, einen Vater zu haben, der acht Jahre im Knast gesessen hat, das ist menschlich nachvollziehbar. Das heißt aber nicht, dass sie eine Rechtfertigung hat, uns anzulügen. Wir sind hier da, um eine Straftat zu ermitteln, wollen die auch aufklären. Und dazu bedarf es natürlich der Angaben der Zeugen, Geschädigten und allen, die dazugehören. Ich kann Ihnen aber versichern, dass er damit nichts zu tun hat. Der ist aber von den Verletzten gesehen worden. Aber er hat damit nichts zu tun. Hören Sie auf, uns zu veräppeln. Da stimmt was nicht. Lara, was ich nicht verstehe, Frau Schwickert, dass Sie uns jetzt schon gesagt hat, das ist der Vater und sagt aber, der hat da nichts mit zu tun. Ja, ich sage Ihnen, das ist mein Vater, aber ich kann Ihnen mehr dazu nicht sagen, weil er mit dieser Tat nichts zu tun hat. Ein letztes Mal, hat er Ihre Freundin umgeschubst? Nein, hat er definitiv nicht. Wieder gestoßen? Nein. Okay, gut. Fabian. In der Bude ist offensichtlich keiner. Ist keiner da? Keine Bewegung, kein Auto vor der Tür, gar nichts. Was sagt der Pascal? Nothing, gar nichts. Der hat keinen Bock auf mich oder sagt überhaupt nichts. Die Kriminalisten vermuten, dass die Tochter des wahren Täters aus Angst ihren Vater nicht belastet. Offenbar hat der Mann sie nach der Attacke auf ihre Freundin unter Druck gesetzt. Um den Flüchtigen festnehmen zu können, fassen die Polizisten einen Plan und stellen der Tochter eine Falle. Die verheimlicht uns ja was. Die lügt uns ein. Wir lassen die jetzt mal gehen. Wir haben ja alles. Wir haben ihre Personalien. Ich laufe da mal hinterher, wo die hingeht. Ich komme mit dem Auto hinterher. Wir bleiben in Verbindung. Vielleicht ist der Vater sogar in der Nähe und der steigt da ins Auto. Das ist ja durchaus möglich. Also ich bleibe hier kurz hinter dir und dann springst du ins Auto. Genau, wir laufen jetzt erstmal hinterher, okay? Machen wir. Deswegen sagen wir erstmal, wir befragen Sie später. Lassen Sie uns mal so ein bisschen in Ruhe und mal gucken, was ihr macht, okay? Die Kommissare vermuten, dass die Tochter ihren Vater über die Ermittlungsergebnisse informieren wird. Damit der Mann nicht gewarnt wird, lassen Sie die Frau nicht aus den Augen. Dann bis später, okay? Tschüss. Lara, ich schneide ins Auto. Da die Ermittler dem Taxi mit einem Zivilwagen folgen, bleibt ihre Observierung unerkannt. Die Fahrt führt das Team zunächst durch die Duisburger Innenstadt und gibt ihnen Zeit für ein Gespräch. Dabei kritisieren sie das Verhalten der Tochter scharf.